Bio-organische Waffen sind eine globale Bedrohung. Alle Nationen zusammen, wir tragen Licht und kommen. Sie wissen, an die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich werde alles, um die Fakten offen zu legen, verursacht auf zwei Zeichen vorhanden. Wenn wir überhaupt eine schere Freundschaft wollen, werden wir nicht mehr. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Das ist alles meine Schuld. Ich... Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Toll-Augs-Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan? Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Sieg von Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich... ...hab den Präsidenten erschossen. Wie wir waren schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon... ...er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay. Ich erstatte Berichte. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon drei Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Einte sich! Zuerst müssen wir zur Toll-Augs-Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Er sagte etwas von einem Nebel. Wenn dieses Ding gasförmig war, infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen. Sie sind alle auf dem Campus. Ja. Aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich wollte nichts stören. Ich habe ein ganzes Gefühl. Ich habe ein ganzes Gefühl. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ein ganzes Gefühl. Ich habe ein ganzes Gefühl. Ich habe ein ganzes Gefühl. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Der Campus ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Geh schlafen. Roger. Vonnegan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Das sind so viele. Das schaffen wir nicht. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Ich hab's gegründet, dass ich die Infizierten gesteckt habe.